Hallo und herzlich Willkommen zurück zu World of Tanks Diesmal mit dem Tiger Oh ja muss ich mal spielen sollen Ein Tiger geht immer Gestern kam keine Folge Normalerweise hätte ich gestern aufgenommen Aber ging es mir nicht gut Diesmal geht es mir besser Und dafür ist jetzt mit neuen Versionen kam ein Update Und dann mal starten Dann sieht man auch gleich eine der neuen Neuerungen Und Boah Ich kann eigentlich einiges Ähm Zum Beispiel dynamische Züge Oh ich habe auch gerade deaktiviert Vielleicht sieht man es auch mal Jetzt in der Aufnahme Steht meistens dann beim Chat Und Den Spiele Kleinen Den gibt es in zwei verschiedenen Versionen Boah was gibt es noch Die anderen Neuerungen Müssen wir gleich sehen dann Bewegung Ah da Ist er Geht Jetzt kann ich auch noch Die anderen Neuerungen Die anderen Neufe Und Die anderen Neufe Den Da Der Das Der Der neue Modus, der kommt glaube ich erst mal euch mehr, also ich schätze in der nächsten Folge, in der übernächsten vielleicht mal. Da kriegt man glaube ich irgendwie drei Panzer dafür. Für den Modus zum Spielen. Ah da, hat man das Zähne neu. Was für eine wichtige Krott unterstützt, macht gerade gar nichts. Ah, ich hab das Geschütze nach unten bekommen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, da ist ja noch einer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Aber die Neuung da hier mit dem... Das ist das Anzeige, was man so macht. Der ging nicht durch. Das ist eigentlich nicht... Sie haben uns, raus. Ich glaube, ich bin bitte jetzt unterstützt. Na, das, das, das glaube ich jetzt noch nicht. Kriegt man unterstützt, irgendwie, verbündet. Aber für was? Hat der doch eigentlich auf mich geschossen? Ich weiß nicht, was man so... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm. Das war knapp. Die Hunde schaut zu Ende. Gab es jetzt noch Verneuerungen, eigentlich? Ähm. Das ist mir das Anzeige. Dann die, ähm. Kleinst. Das ist dann die Dings. Irgendwas gab's noch. Ah ja. Hat der. Dinger natürlich. Und Katten. Wurden geändert der wieder. Eine Katte hatte ich heute schon mal gespielt. Da hatte ich mich gewonnen, ähm. Wo plötzlich ein Hügel herkommt. Gut. Wie gesagt. Ein Hügel. Oh, wie heißt denn die Katte? Hm. Fällt mir jetzt nicht an. Keine Ahnung. Vielleicht kommt die Katte auch. Aber ich glaub nicht. Und die hab ich jetzt heute einmal gespielt. Da hab ich mich gewonnen. Wo plötzlich die herkommt. Häää. Da hab ich mich gewonnen. Gar nichts mehr. Ach ne, der hat mich gewonnen. Gar nichts mehr. Oh , der hat mich gewonnen. muss. Hm. Ich kopiere irgendwie gerade nicht, was sie Gegner gerade machen. Aber die sind ja eigentlich jetzt gerade... Ich bin ja überzeugt. Ähm. Was ist der hier? Also das hier ist nämlich gerade eine große Position vom Komet. Sie kann jeden Moment reißen. Fahr los! Aber gegen den Black Prince konnte sich eigentlich gar nicht wehren. Hä? Hä? Ja. Das ist gerade diese. Gehen wir mal hin. Okay, das war die Artillerie. Das war die andere Artillerie. Okay, da waren es nur noch zwei Artilleries von uns. Die Krille hier kriegt gleich ein Problem. Und da müsste der Black Prince gleich rumkommen. Ah, da ist er. Müsste es sein. Das war der D29. Das muss doch irgendwo gewesen sein. Das muss doch irgendwo gewesen sein bestimmt. Ja. Boah, ich kann nicht anschauen, jetzt war es doch so schlecht. Die Krille. Ja. Ja. Ja, ich kann nicht mehr wissen. Ach, ich kann es nicht mehr wissen. Ich kann es nicht mehr wissen. Das ist doch nicht mehr. Die Gäste! Oh, noch ein paar andere. Oder? Boah, boah. Mach gar nichts. Na ja, klopp schon. Das kenne ich jetzt bei Länge wirklich nicht wirklich. Oh, ich habe da nicht zu stehen. Oh, ich darf nicht so weit. Okay, was war das? Der ging voll durch ihre Panzerung. Ah, für Schaden abgewehrt kriege ich mal auch so ein Ding angezeigt. Oh, der ging voll durch ihre Panzerung. Hm? Warum kann der so schnell schießen? Da kleinere Kanone drauf. Hm. Seh ich nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Okay, habe ich ihm voll schon irgendwie ein bisschen genug? Oh, ich glaube. Wo lange ging der hier? 15? Die haben sie nicht mal angekratzt. Oh, noch 18 HP. Dann halt warten. Oh, ich drehe es doch schnell. Da ist der Armix, der auch kommt. Oh, ich drehe es doch. Okay, ich glaube. Das war die noch. Die Gegner spielen nämlich viel besser zusammen. Und kaputt. Das war die noch nicht. Ähm. Man, die noch was. Die tr afterward. Die trü- Schiebt kaputt eine Chevy rum. Ah, nein, den wollte ich. Mach der da. Na komm, schieß. Hä? Da hat doch nicht mal sein Geschütz bewegt. Was tut das? Deckschön. Hm. Das Ding tue ich den mal nicht markieren. Dafür habe ich nicht zu wenig zugeguckt. Weiter geht's. Es sah jetzt schon komisch aus. Warum die Artillerie nicht geschossen hat. Hätte nämlich schön auf dem T29 schießen können. Aber vielleicht hat... Gut. Hätte vielleicht kurz davor schießen können aber... Ich hätte eigentlich schätze ich in der Zeit schon noch gelocken können. Was ist das für ein KV? Was ist das? Der mittlere. Was war das denn? Macht er sich selber noch Schaden? Obwohl der schon kaputt ist. Was ist das für ein KV? Hm. Mach ich noch eine Runde. Ach was soll's. Oba. Ok, Teacot. Na komm ich auch wieder mal eben, naja. Die, ne, ist noch nie. Meine, die hier, die gerade, hasse ich ja eben. Na komm, fahrt zu. Jetzt haben wir DERF nur noch nie gekriegt als Geschütz. Ist doch von... Wolle. Na komm vor. Da hau ich nicht. Hä? Wofür hab ich denn das denn schon wieder bekommen? Die Dinger kapiere ich irgendwie nicht. Kriegt man manchmal Zeug für nichts? Weil was hab ich in Gott gemacht? Hm, komisch. Aufgeklärt hab ich den ganz bestimmt nicht. Oh, ging ins Haus. Oh, schade. Zeug sie nicht mehr. Hä? Oh, schade. Hm, klappt das? Nee. Schade. Ah, klar. Äh, okay. Oh Gott, das Team irgendwie. Ah. Das war die Kette. Das war die Kette. Ich hab da rausgefallen. Signalreichweite verringert. Ach. Na komm. Zeig dich nochmal. Dann halt nicht. Ah, jetzt will der nochmal auswanderen. Oh. Oh, die Position da wechseln. Hm. Lass mal das richtig rausfinden. Nein. Da ging's auch ganz, da wollte ich nicht hin. Das muss wehtun. Ach, schade. Oh, jetzt sehe ich ihn ja nicht hin. Oh, doch wird den. Soll ich wieder hinterm Hausbundesweg kommen? Hä? Oh, treffe natürlich bitte nicht. Oh, schon wieder den Boden geschossen. Jetzt treffe ich gar nix mehr. Hm, brauch ich gar nix schießen. Darf ich sowieso nicht. Oh? Hab ich auch die Lache heute nie jetzt gekillt? Hat mich schon kapatt geworden, da wer den gekillt hat. Ich hab' mir schon kapatt gewundert, wenn er die gekillt hat. Oh, ey. Fahrt auch schneller. Das sieht denn jetzt eigentlich schön. Was ist denn der? Hm, komisch. Oh, ich muss ja weg. Das wundert mich, dass die Artillerinnen noch nicht auf mich geschossen haben. Da oben war ich eigentlich ein leichtes Ziel. Da mal versuchen zu helfen. Das war's für uns. Los hier! Ah ja, ich habe ja hier keine Lampe, wohl schon Sachen. Das ich irgendwie unaufgeklärt war eigentlich. Aber das weiß ich nicht. Oh, hä? Die Artillerie kopiere ich irgendwie nicht. Oder war das die? Ne, das war doch die Artillerie. Ja. Hm. Komischerweise, wo ich da oben war, war hier das leichtere Ziel. Da hat sie nicht auf mich geschossen, sondern wo ich fahren bin und unten schießt sie auf mich. Komisch. Oh. Die Folge ist diesmal ein bisschen länger. Ah, die Runde schaue ich noch zu Ende. Da ist mit dem Panzer da hinten. Der? Ne. Den wollte ich. Der hat wirklich so ein kleines Geschütz. Okay. Dann nicht mal das vom M6. Sieht aus wie das Geschütz, was der, äh, der Sherman hat. Warum hat der noch so ein kleines Geschütz? Ja. Komisch. Nun, da wird es das Geschütz beim M6 übersprungen kommen. Dann ist er aber selber schuld. Ja, das ist wirklich das vom Sherman. Ui. Ja, gegen den eigentlich keine Chance. Trifft nicht immer. Ja. Das sieht so komisch aus. Riesenponsor mit so einem kleines Schütz. Hä? Ach, das waren zwei. 752. Oder? Ja. Ja. Da steht ihr am dritten. Na komm. Ähm. Hier sind erst drei. Oh, zu langsam. So. Ich hab's jetzt mal gewechselt. Naja. Na, aber nicht besonders. Naja. Äh. Da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und zwar? Bis zum nächsten Mal.